Na nu, Jonas ist nicht hier. Wo bleibt der nur? Ihm wird doch nicht etwa etwas zugestoßen sein. Ihm wird doch nicht etwa etwas zugestoßen sein. Nein, der wird wohl nur im Stau stehen. Heute hat es wenig Leute in der Kantine. Heute hat es wenig Leute in der Kantine. Es ist Freitag. Viele werden wohl keine Mittagspause machen und früher nach Hause gehen. Schau, Emanuel wartet auf jemanden. Er wird vermutlich eine Verabredung haben. Dieser Bürger wird wohl ungesund sein. Dieser Bürger wird wohl ungesund sein. Ich werde wohl lange Sport machen müssen, um die Kalorien wieder abzubauen. Hallo, Schatz! Hallo, Schatz! Mein Zug hat Verspätung. Ich werde vermutlich meinen Anschluss verpassen. Das wird ein Kunde sein. Das wird ein Kunde sein. Bitte entschuldigen Sie, ich muss da kurz rangehen. Bitte entschuldigen Sie, ich muss da kurz rangehen. Dieser Käse hier kommt direkt von einem Bergbauer. Das klingt gut. Der wird sicher exzellent schmecken. Was darf ich Ihnen bringen? Ich warte noch auf meine Freundin. Sie wird sicher gleich kommen. Ich warte noch auf meine Freundin. Sie wird sicher gleich kommen. Ihr Auto war in einem desolaten Zustand. Ihr Auto war in einem desolaten Zustand. Ich habe es jetzt auf Vordermann gebracht. Ich habe es jetzt auf Vordermann gebracht. Sie werden vermutlich viel repariert haben. Sie werden vermutlich viel repariert haben. Ihr habt die Meisterschaft gewonnen. Da werdet ihr bestimmt vor Freude in die Luft gesprungen sein. Wie konnten Sie diese Szene nur drehen? Sie werden wohl mit Tricks gearbeitet haben. Ist der Auftrag in Dortmund bereits abgeschlossen? Ist der Auftrag in Dortmund bereits abgeschlossen? Ich denke schon. Das Team wird gestern alles übergeben haben. Wir haben ja in Österreich neue Filialen eröffnet. Wir haben ja in Österreich neue Filialen eröffnet. Die Filialen werden wohl viel Umsatz generiert haben. Ja, die Expansion hat sich jetzt schon gelohnt. Was für ein schönes Hotel. Die Übernachtung wird sicher teuer gewesen sein. Ja, es war nicht gerade billig. Dafür wird der Aufenthalt bestimmt toll. Ja, es war nicht gerade billig. Dafür wird der Aufenthalt bestimmt toll. Hey, Sie werden sicher aufs Handy gestarrt haben. Hey, Sie werden sicher aufs Handy gestarrt haben. Mein Rücken tut weh. Mein Rücken tut weh. Sie werden vermutlich hingefallen sein. Sie werden vermutlich hingefallen sein. Hallo Deutschschule. Deutsch lernen mit Spaß. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Wir haben sicher.